Nach einem langen, anstrengenden Flug ist der Taxifahrer meist die erste Person, mit der ich in einem Land in Kontakt trete. Sie sind auch oft eine gute, verlässliche Quelle für Geschichten rund ums Abzocken. Und manchmal sind sie auch Teil unserer Sendung. In Deutschland ist Taxifahren ja schön behördlich reguliert, da kann eigentlich nicht viel schief gehen. Taxameter, geeicht, wird angeschaltet und man weiß, was man am Ende zu zahlen hat. In manchen Urlaubsländern ist das ganz anders. Erst recht, wenn ein Tourist an Bord sitzt, ist die Abzockgefahr relativ hoch. Das haben wir auf vielen Drehs schon erlebt. Ganz besonders in Vietnam, in Hanoi. Hanoi, die Hauptstadt Vietnams. Eine typische asiatische Großstadt. Ruhig geht es hier nie zu. Und auch hier befördern Taxen täglich tausende Fahrgäste. So auch mich. Was ist denn hier los auf diesem Taxameter? Schaut euch das mal an. Das ist auch verblombt und das ist versiegelt, aber der ist nach 50 Metern, da muss ich meins hier gar nicht anmachen, ist der schon bei 23, 24. Schau mal, wie das hier floppt. Blombom, 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 blombom. Schaut euch mal, wie unregelmäßig der hochgeht. Alle paar Meter, ein paar tausend mehr. Was ist denn hier los? Was ist denn hier? Ach du liebe Zeit. Das ist ja so richtig, das ist ja wirklich eine ganz, das ist ja eine richtig kriminelle Manipulation, was auf dem Taxameter da passiert. Schau mal, wie das jetzt hier hochgeht. Völlig ohne irgendwelchen Zusammenhang. Das hat einer dran gedreht und geschraubt. Das ist ein richtiges Betrugsinstrument. Schaut euch das mal an. Schaut mal, was hier passiert. Schaut mal, was hier passiert. Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ich hoffe, dass da Polizei vor der Opa ist, weil das musst du eigentlich den Behörden melden, was der hier macht. Das ist ja nicht zu glauben. Meine Taxi-App zeigte den eigentlichen Fahrpreis an. Es war nur ein Bruchteil dessen, was die Betrugsmaschine verlangte. Dieser Taxifahrer versucht mir gerade, den 60-fachen Preis abzunehmen. Das war eine der teuersten Taxifahrten meines Lebens. 900.000. 900? Das ist ja fast eine Million. 100.000 pro Kilometer. 101 Kilometer. Knapp 40 Euro für eine Fahrt, die knapp einen Euro kosten dürfte. Soll ich die Polizei rufen? 10 Dollar. 10 Dollar. Keine 10 Dollar. Du hast gesagt eine Million. 200.000 Dong. Ne, ne, ne. Lass mal die Polizei rufen lieber. Ah, ich hab das alles auf Video hier. 100.000. So nicht. Wir holen die Polizei. 100.000. 100.000. Der Mann ahnte das Unheil. Versuchte aus der Nummer rauszukommen. Reduzierte den Preis um fast 90%. Das Ding hier ist manipuliert. Ein Fake. Du hast ja irgendwas gemacht dran. Nimm deine Finger da weg. Ein geeichtes Taxameter sieht anders aus. Das ist illegal. Du wolltest dafür in den Knast gehen hier. Gib mir die Kohle und hau ab. Gar nichts zahl. Ich sei froh, dass du um eine Anzeige rumgekommen bist. Dafür sollte man ins Gefängnis kommen. 100.000. Ich zahl gar nichts. Komm, zieh einfach Leine. Ne, ich hab hier den Beweis. Ich hab's auf Video. Hau von der Tür. Ich hör die Polizei. Richtige Betrugsstraftaten am helllichsten Tage. Mitten in Hanoi. So was nennt man übrigens in Fachkreisen Reporterglück. Wenn ich ausgerechnet in das Taxi einsteige, wo die betrügerische Maschine tickt. So ein Reporterglück, das ist eigentlich selten. Häufig müssen wir viele Taxifahrten unternehmen, um so eine Betrugsmasche langsam zu entdecken. Rauszuarbeiten sozusagen. Manchmal reicht aber auch das spontane Einsteigen in das erstbeste Taxi. Und zack, sitzt du mittendrin in deiner nächsten Geschichte. So wie vor einigen Jahren in Prag. Prag ist eine Perle für Touristen. Die Karlsbrücke. Der Ratschien mit dem goldenen Gässchen und die weltberühmte astronomische Uhr. Aber Vorsicht ist bei Prager Taxifahrten geboten. Denn am Bahnhof locken illegal angebrachte Schilder an den Ausgängen uns Touristen in die Taxifalle. Hallo. Hallo. Wir würden gerne zur Stuparzka-Straße. Stuparzka. 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 Unsere Fahrstrecke war drei Kilometer lang und sollte streng nach Tarif maximal sieben Euro kosten. Doch schon beim Einsteigen war klar, das würde teurer werden. Der ist super, der hat keinen Taxameter, der fuckt uns voll ab. Gesagt, getan. Der Fahrer zeigte auf ein laminiertes Schild. Darauf die Preise für gefakte Tarifzonen. Achtung, Abzocke. 25. Nein, 30. Das ist Altstadt, Zone 2. Ah, Altstadt ist weiter weg als das Zentrum. Innenstadt? Altstadt ist Zone 2, genau. Zone 2. Ja. Das ist der offizielle Preis? Genau. Okay. Sie fahren ohne Taxameter, oder? Die Taxen am Bahnhof haben keins. Die fahren immer Fixpreise. Ja, am Bahnhof gibt's keine Taxameter, nur Fixpreise. Ahnt natürlich jeder, dass das jetzt hier gerade eine Lüge war, ne? 30 Euro für drei Kilometer sind in jedem Land der Welt Abzocke. Ich ließ mich natürlich trotzdem fahren. Wir wissen ja, wie es ist. Es gibt keine Spezialtarife, keine Pauschaltarife. Wir werden hier ausgenommen wie eine Weihnachtsgrenze gerade. Vom allerersten Taxifahrer, den man am Prager Hauptbahnhof überhaupt findet. Ja? Das ist schon, hier müsste man die Polizei holen. Denn bei Verstoß gegen die offiziellen Tarife droht dem Fahrer der Entzug der Lizenz. Diese Fahrt wird nicht sieben Euro kosten, sondern mehr als viermal so viel. Also über 30 Euro. Welche Nummer? Nummer 16. Gleich hinter dem roten Auto können Sie halten. Hier, gleich hier. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Perfekt. Okay. Danke. Moment, ich hol das Geld. Doch statt der Geldbörse packte ich die Kameras aus. Jetzt mal Tacheles. Wie viel willst du? Wie bitte? Gib mir nochmal die Preisliste. Den Preis habe ich dir schon gesagt. Was? Wir haben den Preis schon besprochen. Gibst du ihn mir nochmal? Sag mir nochmal den Preis. Es ist... Weil ich sehen will, wie du mich abgezockt hast. Du hast versucht, mich zu betrügen. Mit diesem Preiszettel da, den du gezeigt hast. Ich arbeite fürs Deutsche Fernsehen. Wir haben in zwei Minuten die Polizei hier. Ich rede nicht mit der Polizei. Du wirst hier bleiben und wir werden das mit dir besprechen. Wenn du abhaust, werden wir dich melden bei der Polizei. Natürlich rückte er die laminierte Preisliste nicht mehr raus. Das wäre nämlich der Beweis für die Masche gewesen. Er wollte weg. Aber ich ließ ihn noch nicht. Mach gefälligst die Tür zu. Ich mach die Tür nicht zu. Warum? Weil du versucht hast, mich zu betrügen. Das geht nicht. Tür zu, ja? Selbst ist der Mann. Mit offenen Türen konnte er nicht flüchten. Ich nutzte den Moment und warf einen Blick auf die Lizenz des Abzockers. Was ist deine Nummer? Deine Lizenz? Peter. Peter, hier steht's ja. Lass uns reden, Peter. Sprich mit mir, bevor du wegfährst. Lass uns höflich reden, Peter. Ich heiße auch Peter. Mach die Tür zu. Ich blieb hartnäckig, das merkte auch der Fahrer. Er versuchte sich aus der Nummer rauszukaufen. Jetzt sagt er 180 Kronen. Plötzlich bot er mir den regulären Preis an. 6,75 Euro. Lass mich da hinten parken. Okay. Okay. Ich dachte, er würde zur Vernunft kommen. Aber anstatt zu parken, wollte er abhauen. No, 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 Peter. No, no, Peter. Mach keine Dummheiten. Peter, mach keinen Scheiß. Du verlierst deine Lizenz. Warum riskierst du deine Lizenz? Warum riskierst du deine Lizenz? Verpisst euch! Ich mach das jetzt nicht. Hier ist eine Einbahnstraße. Das war's, Peter. Hör auf! Das ist es. Peter, stop it. Peter, stop it! Und hier kommt die Polizei. Ja, lass ihn da reinfahren. Da ist okay. Okay, zum Glück haben wir hier ein paar Prager, die uns jetzt helfen. Weil die kennen Situationen. Kein Mensch, der in Prag wohnt, will, dass mit ihm so umgegangen wird. So. Und jetzt holen wir die Polizei. Was machst du denn? Ich gehe. Und wir folgen dir sowieso. Du stehlst unser Geld. Du hast 30 Euro verlangt vom Bahnhof hierher. Ich folge dir egal wohin. Ah, da ist die Polizei. Ich zog es durch, denn er hatte mich betrogen. Und ohne ihn als Taxifahrer sind die Prager Straßen sicherer. Was sollen wir denn machen, wenn er jetzt wegrennt und abhaut und alles macht? Peter, this is it. Jetzt stehst du mal. Du stehst hier. Ich erklärte den Beamten, was passiert war. Eine Straftat nahmen sie nicht auf. So eine wunderschöne Stadt und so viele dreiste Taxifahrer, das macht mich eigentlich ein bisschen traurig. Vor allem die vielen tausenden ehrlichen Taxifahrer in Prag. Und die gibt's ganz sicher. Die haben Typen wie ihn nicht verdient. Und deswegen muss er von der Straße geholt werden. Zum Glück gibt es dafür in Prag eine spezielle Polizei. Die kommt gleich. Die Meschska Polizia. Die kommunale Polizei übernahm die Angelegenheit. Sie befragte den Fahrer, durchsuchte das Taxi und nahm die Personalien auf. Am Ende stand ein Verfahren gegen den Mann. Über den Ausgang der Sache habe ich leider nie wieder eine Information bekommen. Am Tag der Abzocke aber war jedenfalls Feierabend. Am Tag der Abzocke aber war jedenfalls Feierabend.